Musik Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2 Minutes Know How von Time to Shape Und ich begrüße euch herzlich bei der Serie, wo es um das Thema Abnehmen geht Abnehmen, Gewicht reduzieren gehört einfach dazu Wenn man Sport treibt und die Ernährung verändert, dann kann ich das sehr schnell in den Griff bekommen Aber manche haben wirklich Probleme mit der Ernährung Nämlich einen Ernährungsplan zu verfolgen Sei es zum Beispiel, weil einfach nicht die Zeit ist, untertags vernünftig zu kochen Und jetzt habe ich die Frage bekommen, wie Formuladiäten funktionieren, was das überhaupt ist Also Formuladiäten sind ganz einfach Nährstoffprogramme, die man in die Ernährung einbauen kann Das heißt, man ersetzt jetzt nicht die Ernährung komplett Aber man kann bestimmte Mahlzeiten durch solche Nährstoffshakes sind es meistens ersetzen Ist das gut? Ich sage, Leute die Probleme haben, sich gesund zu ernähren Weil sie einfach keine Zeit dafür haben Weil sie vielleicht auch nicht bestimmte Dinge kochen wollen Weil es zu anstrengend ist, das kommt auch vor Dann empfehle ich schon, solche Formuladiäten, Formulashakes in die Ernährung einfach einzubauen Ich mache es selber auch, zum Beispiel zum Frühstück Wo ich einfach einen Nährstoffshake nehme, damit ich weiß, ich habe ausreichend Proteine, Kohlenhydrate, gesunde Fette, Vitamine, Ballaststoffe Und muss mich eigentlich um nichts mehr kümmern Es ist leicht verdaulich und es geht schnell Und das kann man jetzt ein- bis zweimal am Tag einbauen Oder auch öfter mit anderen Mahlzeiten kombinieren Ich empfehle euch eine Formuladiät von einem Kollegen von mir aus Amerika Chris Powell hat eine eigene Formuladiät entwickelt Er ist auch Personal Trainer und hat diese Dinge für seine Kunden entwickelt Und vermarktet das über eine Firma Diese Formuladiät nennt sich Bode Und ihr könnt es hier unten, unterhalb des Videos, habe ich einen Link drinnen, wo ihr euch das genauer anschauen könnt Das ist einfach eine Formuladiät, die ihr einbauen könnt Könnt natürlich jede andere auch verwenden, ist nur eine Empfehlung von mir Okay, in diesem Sinn, Leute, die Schnellgewicht reduzieren wollen Oder auch das Gewicht halten wollen Formuladiäten sind nichts Schlechtes Probiert es einfach aus und macht eure eigene Erfahrung damit In diesem Sinn, keep on bumping Wir sehen uns bei einer nächsten Ausgabe von 2 Minutes Know How von Time to Shape Yeah, see you! Ja, see you! Tschacht. É! Ja!